Musik Musik Ich erzähle jetzt was zu unserem Angebot Bergspiritualität und das ja ein ökumenisches ist Aufbrechen, träumen, Fantasie entwickeln Ein Ziel in den Blick nehmen Sich entschließen, sich vorbereiten Sich auf den Weg machen Den Alltag verlassen Raus aus dem Alltagstrott Den Schnee bestaunen Das Rauschen eines Bergbaches hören Den Duft der Blumen einatmen Den Blick in die Weite schweifen lassen Grenzen spüren Eigene Begrenzungen akzeptieren Immer wieder Weggabelungen Sich verlassen auf Wegweiser Und auf Wegbegleiter Überwältigt von der Kulisse Das Tal weit weg Loslassen können Gottes Nähe spüren Der Text ist von Thomas Rossmerkel Bei uns war die Entscheidung eben Aus dieser Bergnähe Aus dieser besonderen Landschaft Oder aus diesem Wahrnehmung der Schöpfung In diesem Bewusstsein eben auch Den spirituellen Gedanken reinzubringen Und so Bergspiritualität Als Wort zu kreieren Lob singt ihr Völker alle Lob singt und preist den Herrn Kein Untertitelung des ZDF, 2020